was geht ab freunde herzlich willkommen zu einem neuen shop auf meinem kanal gleich haben wir den neuen shop da mal gucken was schönes reinkommt falls ihr neu seid haut noch mal gerne ein abo und ein like raus und falls ihr mich zusätzlich unterstützen möchtet einmal mein creator code hängt die 049 im shop eingeben danke für den support gestern hatten wir mike lorry will smith den skin immer gespannt was jetzt gleich in den shop kommt ganz genau fünf sekunden ist es soweit let's go hier sehe ich schon mal auf jeden fall einen neuen skin ja hier sind auf jeden fall die lackierung skins wieder da ok fangen wir mal hier an hier haben wir den neuen skin bei verschiedenen stilen seit geht geht zu müssen rechner cool am rücken sehr sehr nice groß für 1200 das ganze so totenschütze plus tag bringen dann gibt es einmal mit hut und ohne hut mit 2000 das ganze dann haben wir mal seine pickaxe wie sehr cool ist für 800 kann man sich gern sieht doch sehr nice aus hier noch mal eine lackierung welle des todes hat auch was sieht nice aus für 500 kann man sich auf jeden fall können dann haben wir hier einen weiblichen skin plus backlink ja ist okay für 1200 die pickaxe doppelhändig für 800 fixer valkyrie skin plus backlink für eine schwing für 2000 dann haben wir hier einmal den drachen oder was das auch sein soll für 1500 hänge gleiter sehr sehr nice so gehen wir weiter safari in zwei verschiedenen stilen mit hut und sonnenbrille und einmal ohne alles plus backlink 1200 wie wachs und haben wir elmira in vier verschiedenen stilen einmal standard einmal feuer einmal eiswasser und einmal dunkel plus backlink backlink in den selben stilen 1500 wie wachs so und was haben wir hier ein russischer tanz 800 wie wachs oder emote dann haben wir die beschlagene hage für 800 wie wachs nice pickaxe jubelschritt für 500 auch sehr nice seilspringen zum fortbewegen für 300 so und hier sind auf jeden fall die fünf weiblichen und fünf männlichen lackierung scans da schauen wir mal rein so hier habt ihr auf jeden fall die primäre farbe das sind die haare oh mein gott was ist hier los so das sind die haare die haarfarbe und hier einmal die lackierung das outfit nice aus kann man sich auf jeden fall mal gern hier einmal die lackierung dazu könnt ihr auch ändern in die bleibt so auf jeden fall fünf weibliche skins das sind die weiblichen hier und das sind die männlichen wie scan für 1500 wie wachs lieber so dann haben wir hier noch mal ein paket im berg bling zwei berg links eine pgx und noch eine pgx die hören wir uns mal an und die hören sich also ich gut an die doppelhändige auch nice wird hier auch auf jeden fall hier eure lackierung drauf wie ihr möchtet sehr sehr nice für 1500 das paket und hier einmal einzeln ich nicht das backlink für 400 die noch ein berg ging auch für 400 pgx für 800 die andere auch für 800 einzeln im paket für 1500 so hier gibt es eine lackierung schwarze lackierung für 300 hier ein paket drei verschiedene farben für 600 hier haben wir noch eine für 300 ihr magma 700 ungewöhnlich einer meiner lieblings lackierung hitze für 500 einsatzmuster für 300 gold schuppen für 500 digitales grau für 300 drift wolf für 500 500 wie sie für 300 0 punkt strahlend für 500 da sind wir durch das sind auf jeden fall viele 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 sehr sehr viele lackierung ich gehe nicht alle durch ich zeige euch die einmal hier so und die lackierung manche für 300 manche für 500 und jb noch dran will smith drin master chief und ja das war es auf jeden fall vom shop ihr lieben schreiben wir gerne in die kommentare wie ihr den heutigen shop so findet und falls ihr mich unterstützen möchtet einmal mein creator code hängt die 049 im shop eingeben danke für den support vergisst nicht zu abonnieren und zu liken tschüss ihr lieben